Lieber Zauberfreund, hier meldet sich wieder die Magic Factory aus Essen, diesmal mit dem Seilkunststück Lucky Loops. Die Routine mit diesem annähernden 5 Meter langen Seil hat drei Sequenzen und zwischendrin natürlich anmutende Applaus-Positionen, die du automatisch aufgrund des Ablaufs reinkommst. Ich verwende das Ganze als meine To-Do-Liste. Also wenn man sich was überlegt, was man machen will, da macht man sich ja einen Knoten. Und das Tolle ist, dass meine To-Do-Liste automatisch weitere Aufgaben erfasst. Also wenn jetzt weitere Aufgaben in mein Leben kommen, entsteht immer ein Knoten. Und das ist egal, wo ich da bin, ob ich auf der Toilette sitze oder im Auto sitze, immer wieder merkt sich meine To-Do-Liste, da ist was Neues zu tun. Und dann muss ich natürlich die einzelnen Aufgaben auch abarbeiten. Ganz wichtig ist dabei, dass es eine runde Sache wird. Dass ich also die Aufgabe voll und ganz erfülle und der Sinn und Zweck dieser Aufgabe durchgegangen ist. Also zum Beispiel könnte es sein, den Mülleimer rausbringen. Freut sich die Frau? Es kann natürlich aber auch etwas Berufliches sein, den Kunden anrufen. Und es kann manchmal sein, dass manche Aufgaben so ein bisschen klemmen. Und da sind wir doch froh, dass wir Zauberer sind. Einmal, und schon ist die Aufgabe gelöst. Und dann hat sich auch herausgestellt, das war eine große Aufgabe. Kein Wunder, dass das nicht so gut geklappt hat. Aber am Ende des Tages ist alles erledigt. que Du bist schön gesagt, der schönste Stelle ist nie au onesie vor. Das macht dir auch sehranciabert.